Hier konnte ich auch nicht durch die ganze scheiß Regen nach Eiern. Er hat ja so geschüttet hier bei uns. Er hat hier richtig geschüttet heute bitte. Ja. Und dann ist es los, da Überschwemmung, da Überschwemmung, da Überschwemmung. Das ist ja immer nicht so einfach. Ich weiß nicht, dass es so blödes Wetter ist. Das ist ja auch nicht so einfach. Es ist ja nicht so einfach. Ja. Und es wird nächste Woche über den Planeten fahren. Man ist auch nicht gar nicht gelegend. Ich weiß ja, da habe ich auch gesagt. Ja und dann am Samstag hat auch Benjamin, das ist schön. Wir haben heute ein Riesen-Event. Er hat ja letztes Jahr noch alles gereinigt. Und dieses Jahr kommen sehr viele Leute. Und so gesagt, es ist auch ein Ex-Auto. Und dann mit seiner Frau und dann, naja, alles. Und der ist ja schon da, ja. Und da kommt ja auch sehr zu ein bisschen die Abzauung vor. Der ist ja, die U-Sat-Auswahrscheinlich haben wir auch noch keine Bauchstraße. Der hat ja nur zwei Tage hat er immer frei. Meistens sind da vorne. Aber da muss man sagen, mal arbeiten. Nee, der holt mich doch nicht ab, weil der bleibt jetzt hier. Es war gar nicht mehr, es schleißen alle. Heißt eigentlich so, steht er auf dem Vertrag, aber es ist nie mehr als die Wandern. Das ist ja gut, dass die oberen Ringbahn nicht fährt. Da muss ich also da sein. Das ist der Heimann. Das ist der Heimann. Ja. Das ist schon gut. Das war schon gut. Das war ein Problem. Aber es ist ja nicht so. Ich habe noch nichts zu tun. Ja, ja. Ich werde das nicht auf dem Weg. Danke. Ich habe das nicht in der Ecke. Wenn sie jetzt aufstehen, ist sie auch. Wenn sie jetzt aufstehen, ist sie aufstehen. Wenn sie jetzt aufstehen, ist sie aufstehen. Wenn sie aufstehen, ist sie aufstehen. Wenn sie aufstehen, ist sie aufstehen. Wenn sie aufstehen. Wenn sie aufstehen, ist sie aufstehen. Wenn sie aufstehen, ist sie aufstehen. Wenn sie aufstehen, ist sie aufstehen. Wenn sie aufstehen. Wenn sie aufstehen, ist 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 sie aufstehen. Wenn sie aufstehen. U3 nach Bromelacke. Einsteigen bitte. Ja. Zurückbleiben bitte. Freie Universität, Tietzler. 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 Einsteigen bitte! Zurückgleich bitte! Einsteigen bitte! Das ist ganz schnell. Sie sagen, dass Sie sagen, dass Sie da waren, dass Sie da waren, dass Sie da stehen. 2, 3, nach Kommelage. Einsteigen, bitte. Zurückbleiben, bitte. Prima. Wir sind von der Nähe und von der Nähe. Wir werden das erste Mal. Wir warten. Wir warten, dass Sie da sind. Ich bin jetzt nach Komme. Wir arbeiten. Wir sind hier. Das ist ein Film. Norddeutscher Rundfunk 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 Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020